hallo leute ich bin wieder mit meiner mutter kuckuck wie schaust du kuckuck kuckuck zu auf jeden fall wir laufen jetzt da runter ganz munter was ja und dann ich kenne mich da jetzt so aus ja wieder also dein freund hat doch gesagt dass wir das ist einfach zum laufe ja wenn man den rückwerk nicht mehr finden der rückwerk nicht mehr finde wer werde doch wohl nur wissen wie eine treppe aussieht oder nicht die treppe schon ja also ich hab keinen vogel ich hab bloß nach schön ja ich pass auf mein handy auf schön wunderschön das sind mal wieder das castello da mit dem auto kommen wir mal gehen wir weiter das sind auch unsere schatten die kommt jetzt normal das finde ich übrigens das ist das bin ich ja hier ist ganz viel natur gut gehen mal wieder hoch mache ich mal allein im film oder so ne komm mal laufen wir noch unter ja oder mehr laufen außenrum so so ihr müsstet ja nicht unbedingt so wieder die treppe runter hoch hoch ja hoch hoch ganz gemocht so finde grad bloß scheiße glaube ich runter ganz munter hoch ganz gemocht so bin grad bloß scheiße glaube ich schlaf ganz gemocht so ist in den Säen, Hibiscusis von den Litschusis oder so. Ich habe ihn gerade echt bloß scheiße. Mama soll ich dir runterhelfen mit deinen steilen Schuh. Steilen Schuh. Ich habe keine kalte Finger. Kaktusfeigen. Kaktusfeigen. Das sind so kack. Jetzt wollte ich wieder Kaktusis sagen. Kaktäne, die ganz feige sind. Deshalb Kaktusfeigen. Keine Früchte dran. Ein Schock. Das werden wir nicht überleben. Du wirst es nicht überleben. Stimmt, da ist wieder so ein Torteil. Da? Ja. Da redet gerade jemand. Aber guck, das ist nicht mehr weit. Wir hätten die Zähne sollen. Was? Wir hätten die Zähne sollen. Könnten wir da auf dem Rückweg? Ja, komm. Ich mache jetzt das Video aus. Und dann zählen wir es. Und dann zeigen wir es im nächsten Video. Ah. Aua. 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 Da muss man aufpassen. Hilfe. Hilfe. Was? Du fliegst, Kleiner. Ja, okay. Meine Mutter fliegt gleich hin. Dann verabschieden wir uns. Wiedersehen. Wiedersehen.